Ich bin der. Keine so Problemfälle mehr wie heute. Hä? Keine so Problemfälle mehr am Wochenende. Da sind jetzt heuer die Letzten, weißt du. Am Radl weg kommt immer vieles vor. Ja, da kommt was vor. Das ist der erste Fall, wo man so eine Sache hat. Ja, das glaube ich. Aber es ist da jetzt nirgends einer unterwegs, gell? Ist keiner da? Nein, das war jetzt schon sehr nett. Ich hab mir schütze mit Bleckschaubchen. Bleckschaubchen? Ja, das stimmt. So, jetzt ist es eine gute Fahrt. Komm. Vielen Dank nochmal. Danke. Danke.